Sintepad 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 Heyo und willkommen zurück zu Protect FDB Bam 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 Jo, ich hab mir eben mal die Folge bisschen angeguckt und habe gesehen dass ihr unter Umständen nicht wusste es Läuft Und habe gesehen, nein Biege Spring da rein jetzt Habe gesehen, dass wir unter Umständen das Blaze Powder nutzen könnten für unser Forschen hier Aber können wir nicht Ich pack's trotzdem mal rein Ich pack's trotzdem mal rein Ojo Läuft bei So, ich werd mir jetzt erstmal einen Trichter basteln Und dann pack ich da das und das und das Ja, Mann Und das da und hier ist eine Stunde Okay Ich versuche jetzt erstmal pennen zu gehen Ich kann nicht pennen gehen, weil ich Schaden bekomme Deswegen habe ich gesagt, ich glaube das wird nicht klappen Aber wenn ich mich nicht täusche Habe ich keinen Platz im Inventar Ähm Genau, habe ich hier ein bisschen in den Kopf Mann Da So Das kommt jetzt da rein Dann kann ich meinen Trichter wieder aufnehmen Und dann kann ich hier noch ein bisschen davon rein schmerzen 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 Was? Oh my god Ich bin dumm Ich hasse es dumm zu sein Ehrlich dumm sein ist voll dumm Tsssss Magic Tolo Das ist dann doch bisschen mehr Archie Levitator Na das brauche ich doch noch gar nicht Was soll ich denn damit? Lass mich lieber hier weitermachen Nein So Come on Show me what you got Ah, ich wusste es Jawoll Magic Tolo Oh jo Ja Schön, dass ich das auch lesen kann Egal Geil So, was war das jetzt? Ach ja, schön Was soll ich damit? Mhm Cool Etwas unwichtiges Wer steht denn da drauf? Oh fuck Ich hab nichts brennbares mehr Gut Hat noch gereicht Fire, Heat, Burn Tipps kriegen wir noch nicht Ah, Nitor ist ja gut Darauf arbeite ich ja hin Weil das ja eigentlich das erste ist, was man so braucht Warum schmeiß ich das da rein? Das ginge vielleicht auch noch Aber das brauchen wir noch Nee, nicht das so Auch nicht Das so Auch nicht Mensch, wir sind aber wählerisch Den Apfel, den braucht kein Schwein Den Minenwaggon braucht keine Sachen Machen wir sowieso nicht Das hab ich nie eingenommen Dass das nur ein bisschen rauskommt hier Ja, ja Draußen Ja, der kann auch weg Jawohl Oh ne, nicht noch eins Man Das will doch keiner Was soll die Scheiße Falls ihr gerade meine Tür gehört habt Aber gerade mein Bruder Der wieder irgendwas wollte Ich werde Jetzt nach der Aufnahme mal gucken gehen Naja, ich schmeiß mein Zorn und Omicron da rein Also, jetzt können wir mal gucken, ob wir mit den Scharts noch ein bisschen arbeiten können Weil ein bisschen Magie Auch nicht Wenn da nicht mal Magie hilft Was dann? Für Nitor braucht man drei Sachen The glowing flame seems to be fueled By magic itself The number of uses for an ever burning flame She is endless But unfortunately It doesn't seem to produce much heat But it could It could Ne Ja Ich wieder Hier English prone Ich wollte could sagen und sagt could It could prove To be a steady source The source Of Light and energy Ja Ne Ihr wisst was das bedeutet Was ihr wisst nicht was das bedeutet Bin ich wenigstens nicht der einzige Aber ich glaube Da könnte bisschen Licht rein Bitte sagt mir, dass ich recht habe Bitte sagt mir, dass ich recht habe Ja, ich wusste es Jawoll Haben wir das auch geklärt Nitor, können wir das bisschen lesen Oh, bitte Das ist Glowing flame Ach, das haben wir eben schon vorgelegt So, aber Nitor Wir können Nitor herstellen Wir brauchen vier Flammen Sechs Kerzen und davon Vier Das kommt da alles da rein Und dann hauen wir da mit dem Sweeten Zauberstab drauf Dann haben wir Nitor So, ich muss nochmal gucken Wir brauchen Vier Flamme Vier Flamme Ne, aber davon sechs Das weiß ich Können wir mal ein bisschen herstellen Wo ist denn Flamme drauf? Aber das bringt zwei Und da brauche ich Vier Flamme Sehr gut Was war das jetzt? Genau das Redstone So Eins Zwei Und die Sechs So, dann brauche ich noch irgendwas Was Flamme hat Ah, das sind Flamme Und wie viel brauche ich davon? Ich brauche vier Flamme Und das da trägt zwei Und da da Wir haben unser erstes Nitor Natürlich können wir es nicht einsam Da Ihr seht Nitor Nitor Schämme Scherzen Oh fuck Das wollte ich jetzt Danke Ich bin grad ein bisschen erschrocken Ja, aber da brauche ich jetzt Also das brauche ich jetzt Noch gar nicht Wann? Ich weiß gar nicht wie sowas passieren kann Oh ja Ne, ähm Ja, so sollten wir das nie toll sein Und wir hauen jetzt mal Das daraus, weil da ist ein bisschen Magie mit drauf Ja, also wir wissen, das ist Magie Und wir wissen, dass in den Charts Magie drin ist Dann nehme ich mal die Watershorts Weil davon haben wir noch am meisten So, genau So Ich guck mal, was wir mit denen noch anfangen können Bodenerzeugnisse Aber braucht man nur auch nicht mehr Schade Ah, wie wärs mit Licht Licht ist immer gut Nein Schade Erde Kies Redstone Ah, nice Gib mir das wieder Pfeil Nein Das da Apropos Also erstmal hier Damit wir nicht, äh, hochlaufen müssen Ähm Was wollte ich jetzt machen? Ah ja Bum 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 So So, 15 Lass mal hier rein Danke hier Und dann können wir den Scheiß Stein hier noch So, Jubelise Mystical Device We point you In the direction of you by sources of mystical energy Ja Das glaube ich Sand Pfff Bisschen Baumbestand Ah, heh Ich fühl mich verloren Na so Mit so bis... Ja, fünf Minuten haben wir noch ungefähr Äh Da guck ich jetzt nochmal ganz schnell hier So ein bisschen Okay, da können wir nichts mehr mit anfangen Mano Weil das sah eben, glaub ich, so aus Okay, und jetzt werden wir uns nochmal an unser Jetpack setzen Also ich weiße Ich weiße Ich weiße Ich weiß, wir brauchen Ähm Also erstmal Nehm ich dich mit Ähm Den nehm ich gerne wieder Danke Ähm Den nehm ich gerne wieder Komm Komm Oh, die ist fast alle Wir müssen nur Pennen gehen Und jetzt setzen wir uns nochmal Und jetzt setzen wir uns nochmal Also wir brauchen einen Schaltkreis Das weiß ich Und closed Jetpack Jetpack Ich glaube aber wir brauchen einen erweiterten Schaltkreis Oder? Jaa Verdammt Und ne Bedbox auch noch Oh Und we find iron Also Um die Standardsachen mal zu klären So We find iron haben wir da bestimmt auch noch Nein Nein Oh Oh, Sünde Was mach ich? Sag mir das Ja, die 4 Und Mal in Mace Raider reingucken Ah Nice Kann ich da direkt gleich das Gold reinhauen Wohl Zinn Brauch ich wohl eher Eher Zinn Brauch ich eher Wieso ist der Mace Raider alle? So, deswegen Ja, dann lass den erstmal aufladen jetzt Ne Mach jetzt weiter Mach das weiter jetzt So So Weitermachen So mal Dennis hat vielleicht eine Idee Hm Hm Pass auf Wir machen das jetzt erstmal so Erstmal Dass wir das direkt mit dem Solarpanel verbinden. So kriegt es natürlich auch sehr viel Strom. Ich bräuchte ein EU wieder. Okay, dann lassen wir das. Nein, wir lassen das. Keine Widerrede. Ja, also jetzt machen wir uns erstmal... Können wir uns in der Batterie machen? Auch nicht wirklich. Manu! Ich fühle mich schon ein bisschen angearscht. Danke. Na, guck mal, den Grundbaustein haben wir schon mal. Jetzt kommt hier eine Bedbox hin und hier einen erweiterten Schaltkreis. Aber einen erweiterten Schaltkreis kann ich nicht machen. Wenn man dafür LARPs brauchen, LARPs habe ich, glaube ich, nicht. Ne. Geht nochmal ein Schaltkreis. Oh, genau. Ich find Iron. Da muss da wahrscheinlich nochmal ein Iron rein. Ist das Iron? Ja, das ist Iron. Hey, cool. He he. He 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 he. Ich habe... Autsch. Gesündigt. Oh, verdammt. So, genau. Was mache ich? So, so, und jetzt brauche ich noch ein bisschen Copper Kegel. Warte mal, kann man nicht auch aus einem Minium Stein und irgendwas Copper machen? Copper, Copper, Copper. Copper. Nee, aber man kann Eisen aus Lehm machen. Das ist cool. Aber ich brauche Copper. Na, wenn man ein paar Salt machen kann, dann kann man bestimmt auch... Bronze kann man auch. Ja, Bronze, da hast du mich auch. Zinn, Copper. Ja, aus Copper ehrtst du mich auch. Warte. Pulverized Copper. Nee, anders nicht. Ja, Smelting. Ich geb dir gleich Smelting. Hab ich hier nicht irgendwas reingeworfen? Egal, die Folge ist schon wieder ein bisschen überzogen. Äh, hier mal noch so... So, und jetzt haben wir schon mal einen Schaltkreis. Und wo ist mein Glowstone hin? Da haben wir zwei von, glaube ich. Ich mach das jetzt mal hier noch schnell. Also ich glaube, so ging ein Schaltkreis. Erweitert er natürlich. Ich guck mal in Philos Kisten. Weil ich böse bin. Also wenigstens den erweiterten Scheißkreis würde ich jetzt noch hinkriegen. Philos, ein Haus sieht echt schön aus. Solarpanel. Das ist ein Copper Chests, oder? Ich bin böse. Ich geh mich gleich schämen. Hm. Ich fühl mich nicht gut bei der Sache. Aber egal. So, jetzt mach ich den erweiterten Schaltkreis noch fertig. Und dann ist Ende. Dann sei der mich los. Für heute. So. Erweitert der Schaltkreis. Den da reinzupacken ist blöd. Der kommt nämlich hier rein. So. Dann beende ich diese Folge. Bedanke mich fürs Zünn. Sage Tschüss und bis morgen. Bis morgen.